Ja, kann ich immer drüber anreden. Ja, ich hab 10. Servus Leute, was geht? Und willkommen bei einem neuen Video. So Freunde, auf jeden Fall habe ich vor, meine Mutter zu pranken. Und mein Bruder ist auch dort im Wohnzimmer. Vielleicht kriegt ihr das Ganze mit und kommt auch noch ein. Oh no! Oh, was habe ich vor? Auf jeden Fall, Freunde, habe ich mir eine Zigarette besorgt. Und meine Mutter ist gerade im Garten. Und wenn sie reinkommt, werde ich so machen, als ob ich die Zigarette gerade anmache. Und mal gucken, wie sie reagiert, wenn ich rauche. Na? Alles klar? Ja, hier. Jo. Jo. Das ist meine Arbeit. Boah. Voll glücklich. Für mich. Schön. Was willst du probieren? Ich bin schon 21, ich darf das nicht sein. Nein. Nein. Warum? Warum? Ich bin schon 21, ich darf das nicht sein. Nein, ich darf nicht sein. Warum? Ja, es geht nicht um Miao. Leute, versuch aufhören oder versuch zu rauchen. Schau dir in den. Guck dir in den an. Guck mal, ey. Hast du es geglaubt? Leute, der war erst mal so voll glücklich drauf. Aber keine Reaktion, dass du andere versuchen rauchzuhören und du machst einfach. Warte, ich will gucken, wie meine Mutter reagiert. Ja, Leute. Hol mal deine Mutter rein. Ja, hol die mal. Ey Leute, mein Bruder ruft jetzt meine Mutter noch rein. Das klingt geil. Geil. Ein WDad, mein Bruder. Was ist alles für dich? Ja, was ist alles für mich? Was ist alles für dich? Alles für dich? Was ist alles für dich? Warum ist alles für dich? Die Oberfläche macht er endlich glaubt. Wie soll das jetzt sein? Es wird jetzt sein. Nicht nur das. Er war mir bekannt. Ihr seid noch mit der Mutter. Ich habe immer noch einen Parken. Schmeckt! Ich habe es in St. Louis. Ja, ich geht es mit dem Blumen. Du bist also, ja. Wasn't das? Wir sind für die Gefahr. Ja, Leute, genau hier, als mein dritter Bruder reingekommen ist, habe ich mir gedacht, ey komm, ich löse das Ganze auf, bevor ich jetzt gleich einen aufs Maul bekomme von denen. Das ist dein Blick, da wollte ich mir gerade eine geben, ey. Da wollte ich mir gerade eine geben, Alter. Scheiße. Sie sagt einfach, warte an, bis dein Vater kommt. Jo, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Sein Glück war sowieso am ersten am geilsten. Wenn ihr noch mehr solche Pranks sehen wollt, Freunde, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut und haut rein! Tschüss! Tschüss!